Guten Tag, die SP macht Politik für alle statt für wenige und dabei brauchen wir Sie, zum Beispiel als Spenderin oder Spender. Das ist ganz einfach. Nehmen Sie Ihr Handy, drücken Sie 339 und dann im Text fällt SP, Leerstelle und eine Zahl. 10, 20, 50, 100. Die Zahl ist Ihr Betrag, den Sie der SP spenden. Und dann auf Senden. Und schon ist der Betrag gespendet, die SP gestärkt für eine Politik für alle statt für wenige. Vielen Dank.